und damit herzlich willkommen zu einem weiteren abenteuer hier in train team world wir fahren von glasgow central nach nächsten bahnhof mit der class 150 und es sind ein regioservice ok türen werden entriegelt technics machen wir aus abschlüssel entsperrt dann wäre ich gern auf vorwärts und dann schalten wir noch die sicherheitssysteme ein warte mal das war die heizung beleuchtung besatzung die ist die normal die pps an so und ansonsten instrument light setze ich gern noch an und ich glaube das war es schauen wir mal ganz kurz nach draußen das sieht gut aus ebenso türen verriegeln und bremsen lösen gut abfahrt wo bin ich noch gesperrt wieso sperrst du mich was ist das jetzt der kollege ist auch am ausfahren und er auch man dreifach ausfahrt ich bin der letzte aber was wird mir dass ich der einzige bin der auch möglicher weiterfahren darf südli ha 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 ruutte belle ja hat aber schön ausgesehen wenn man da jetzt eine dreifach ausfahrt gehabt hätten ja ciao kollegen 20 meist bei aus online geil Ah, schade, schade, schade. Aber genügend Gleise hätte es, ja. Ja, ein bisschen mehr Schmackes. 20 dürfen wir. Und da kommt schon der Nächste. Moin. Also ich glaube, es wird hier auch noch interessanter aussehen im Stillwerk. Und früher das mechanisch. Hui, hui, hui. Oh, wird dem Fahrdienstleiter auch nicht langweilig. So, ein bisschen mehr Gas. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Geht bergauf. Servus, Kollege. Dein Gleise ist blockiert. Oder auch nicht mehr. Ja, das Scenario, was wir jetzt hier fahren, der ist es ebenfalls aus dem Workshop. Kein Fahrplan oder so. Würde ich jetzt generell mal ein bisschen mehr fahren. Es sind noch ein paar interessante Sachen dabei. Also von den Lackierungen her, wie sie die Scenarios gemacht haben. Oh, nett hier. Den Abschnitt, was wir jetzt hier fahren, bin ich auf der Strecke I auch noch nicht gefahren. Glaube ich. So, für uns geht's nach links. Oh, dieses Flair von den Lichtern. Es ist nicht so ganz mein Fall. Jööö, 30. Langsam wird's schneller. Süddele. Nächster Altsch. Volkos. Holok. Shields. East. Wunderbar. Türen einmal auf. Schauen wir uns mal um. Oh, wie süß. Und Mini-Zug für Kinder. Moment mal, da können wir doch bestimmt was machen, oder? Mal kurz aussteigen hier. Ha. Okay. Das ist eine nette Idee. Hätten wir mal irgendwie leer lassen können für Kinder zum Rumspiel. Ach, wie süß. So. Machen wir die Türen zu. Und wieder hinsetzen. Moment, hat er jetzt die eine Tüte auch zugemacht. Jo. Okay, wunderbar. Zäh. Abfahrt. Ja, ein bisschen mehr schmuggies. Oh, nächster Altsch. Queens Park. Schon in 500 Yards. Okay. Wir kommen da nicht sehr weit. Das bringt doch die höhere Geschwindigkeit ja gar nichts. Wenn wir dann eh gerade wieder anhalten dürfen. Da steht auch schon ein Kollege. Nein, leider Martin. Was war das jetzt für eine Ansage? Ich habe es noch leider überhaupt nicht verstanden, was er gesagt hat. Zödele. Uh, das ist eine geile Ansicht. Da mache ich doch glatt mal ein Foto. So, kann man hier irgendwas Spezielles machen? Ja, das hier mal wieder. Wir haben hier eine Ticketmaschine. Kollege, der da gerade abfährt. Ah, da hat es auch wieder so einen Zug. Weitig vor sein. Hau, aber das ist zwar ein Check-On-Inverdienter. Lol. Werbung. So, liebe Leute. Einsteigen. Wollen den Zug hier vollkriegen. So, auf dich warte ich jetzt noch. Ja, okay. Auf dich jetzt auch noch. Komm, steig ein. Kann halt nicht. Nö. Ob ich es vorne einsteigen soll. Nächster Halt. Cross Hill. Gleis 2. Ach, gehen wir mit Maximum Power. Also, für die Diesel-Fans, diesen R-Abschnitt hat ideal. Da wird es ja richtig schön hallern. Das ist schon der Bahnsteig. Okay, die sind wirklich nicht weit auseinander. Das ist der Haltsteig. Ja, das ist der Haltsteig. 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 Okay, dann habe ich zu viel angehalten. So, türen auf. Ne, die schieben wir nicht. Kann man da hier weg? So, wie voll kriegen wir diesen Zug? Sonst zeigen wir was Besonderes hier. Naja, da hinten ist auch wieder so ein Blumenzug. Andersvorsteherhäuschen vermutlich. Hm. And Sands. Echt? Warte da. Wäre das die Strecke? So, die gehen alle nach hinten. Also, liebe Leute. Steckt man lieber vorne ein, wenn ihr mitfahren wollt. Und nach hinten laufen. Ja, gut. Gehen zu. So. So, 130 Meilen hier. Nächster Halt, Mount Florida. Gleis 2. Ausstieg vermutlich auch wieder rechts. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Haltestätten alle so nah sind. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Haltestätten alle so nah sind. Ja, ein bisschen mehr Schmackes. Der wird langsamer. Ein bisschen mehr Schmackes. Vorne. Oder ein bisschen weiter hinten. Ah, ist vorne. Naja. Ich glaub, das kann man so gelten lassen. Töne auf. Oh. Okay. Okay. Werner steckt aus. Das Zug wird voller. Schau dir, dass das nicht funktioniert. Also, in dem Modus zumindestens. Leute. Geht schneller. Ah. Also, wenn's realistisch wär, dann würden die jetzt richtig rennen, wenn die da auf den Zug wollen. So, auf die 2 warten wir jetzt noch. Komm, einsteigen hier. Schnell. Wird so. Ja, komm. So, auf geht's. Haha, ist grad wieder um die Ecke. Cat Card, Gleis 2. Kev Card. Bin mir nicht sicher. Irgendwas in diese Richtung. Ah, das war ein enger Takt hier. Ja. Ja. Bisschen mehr noch. Ich geh mir davon aus, dass es rein als Vordienstleiter sieht, sie sind die S-Bahn-Strecken vermutlich vollautomatisiert. Oh, scheiße. 20. Sorry. Sorry, 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 sorry. Das hat keiner gesehen, dass wir da ein bisschen zu schnell rein sind. Okay. Kann man machen. Ach, in Train-Sambal erlebt man immer die schönsten Sachen. Nicht viel los in dieser Gegend hier. Eine Wohnsiedlung da. Ja, überschaubar. So, ich würde sagen, wir fahren nochmal mit der Kamera hier hin. Lassen wir da mal. Türen schließen. Ah, okay. So, ich würde sagen, wir gehen auf die Stufe 3. Yeah, 50. Das werde ich eh nie erreichen. Muierend. Gleis 2. Nächster Halt. Das ist wieder die Wohngegend für Glasgow, so wie es ausschaut. Die Strecke an sich ist auch nicht wirklich groß. Irgendwie ist das vororts S-Bahn-Gebiet. Zum Vollpreis damals. Naja, gerade mal auf die 40 gekommen. Oh, die Bremsen sind schon giftig von der 150. Warte, schräg später bremsen können. So, wunderbar. Ich brauche eine Service-Blick-Kamera. Irgendwie. So. Es ist ja so, es ist not cross the line. Warning. Do not trip us. Strafe 1000 Dollar. Ja, kostet ein bisschen was. Ist eigentlich voll der schöne Aufstieg hier. Eigentlich nur schön, wenn man sowas macht. Damit nicht alles immer so langweilig aussieht. Ja, wollen sie nicht mitfahren? Ich hätte nur noch ein paar Plätze. Ja, dann halt nicht. Dö, a fahrt. Nix hat! William Wood, Gleis 2. Immerhin 1,2 Meil. Jetzt muss man mehr fahren. Kommt schon der nächste Zug aus der Gegenrichtung. Ja, wird jetzt immer ländlicher, je weiter wir wegkommen. Fußballplatz, mehr sogar. Kein Sport für mich, ich weiß nicht, hat mich noch nie fasziniert. Also ich glaube, ich werde mir auch nie ein Fußballmatch ansehen, das, ich weiß nicht. Ich finde das einfach langweilig. Aber, ne WM oder EM, was ich mir ansehen würde, wäre diese Ja, ja, ich drücke ja schon. Diese Tram-EM da. Wo sie da, also diese Bowling-EM mit der Tram. Wo sie mit der Tram gegen den Ball dann fahren und dann halt diese Bowling-Pins umwerfen müssen. Das ist witzig. Ich habe gerade gestern ein Video dazu gesehen. Ja, wir könnten es auf die 50 schaffen. Ich bin voll im Gas drin. Das Ding beschleunigt kaum. Das ist bei 100% Steigung. So, hinter der Linie bleiben. Ja, ein bisschen zu früh. Egal. So, jetzt ist natürlich die Kamera falsch. Die kommen hier von zwei Seiten. Oder? Nee. Ist das neu? Also, ich finde es jetzt nicht schlecht, aber... Okay. Oh, da stehen sie auch wieder alle auf einem Platz hier. Partei-Zeug. So. Türen zu. So. Los geht's. Nächster Halt. White Craigs. Gleis zwei. Okay. 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 Da würde ich vielleicht einen stärkeren Motor einbauen. Guck mal, ich kann gut einsperren hier. Gibt da einen Alarm eingestoßen, wenn ich aufstehe? Nö. Nein, 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 nein. Ich drück schon, ich drück schon, ich drück schon. Oh, das war knapp. Ja, das spüre ich mich abhalten davon, dass ich Blödsinn mache. Also, in TS Classic ist das der Zug, die 150er von Armstrong Powerhouse, richtig, gell? Guden Sound, gut simuliert. Na ja, da könnte ich jetzt drüber schießen. Eie, oh. Kann man noch gelten lassen, glaube ich. Da wäre der E-Vorg. Kommst du zurecht? Alles klar. Ja, also für ein... Oh no. Das Spiel hängt. Oder auch nicht. Ein Rollstuhlfahrer ist das natürlich ein bisschen blöd hier. Für mich ansonsten... Eigentlich müsste ich ja hier halten. Ja, SK-Stop. 4-3-80. Oh, dann hätte ich hier die Monitore. Destroyed or damaged by security. So, dann. Wir fahren ab. Oder, möchtest du noch einsteigen? Komm. Schneller. Schneller. Sparte noch. Dann halt nicht. Fahre ich halt. Tschüss. Ferraten. Gleiß, zwei. Eine meine. Wo sind wir denn jetzt? Da... Sitzt schon mal keiner. Bisschen wenig. Komm, hinsetzen. Dankeschön. Hinteren Abteilen aus. Naja. Ein paar mehr. Ähm, okay. Da tauchen Objekte einfach auf und verschwinden wieder. Ja, ich drück schon. Alles gut. Also die Deko ist teilweise ein bisschen altherzig. Ich meine, da Gleisnähe, das passt. Und sobald es wieder weiter weg geht, ist es wieder nicht so geil. Aber was ich sage, das haben sie bei Peak Forest Rail viel besser gemacht. Da geht es auch in die Ferne mit den Details. Oh, fuck. Der Baustein kam jetzt gerade ein bisschen überraschend. Kommt davon, wenn ich nicht aufpasse. Aber immerhin noch gut angehalten. Also, gut ist relativ. Zumindest ist es jetzt verschossen. So, drei achtzig. Sechs. Na, da haben sie ein Dorf versteckt. So, kommen da welche von da oben? Äh, das ist nicht vorbei. Die kommen von da hinten. Haben die da so einen Eingang hier? Nö. Was ist in Operation? CCTV oder was war das? So, äh, wir fahren ab. Ja, wer wieder umdreht. Tut mir leid. Passt zu langsam. So, nächster Halt. Nächster Halt. Nächster Gleis. Zwei. Und wenn sie mich nicht täuscht, ist das auch schon unser Endhalt. Weil die Strecke nicht weiter geht. Leider. Aber immerhin immer ein bisschen fahren. Das ist der größte Abstand bisher. So, ab und zu hat es so komisch. Ich glaube, ich habe schon was man hier hört. Ja, ich drücke ja schon. Können wir uns eigentlich mal ein bisschen umsehen hier. Boah, ganz viel, nix. Man kann das sehen. Wo es aussieht, keine Wartestelle. Wo es aussieht, keine Wartestelle gibt. Kann ja, wir segeln oder so etwas. Okay. Sonst Bauwerk. Yeah, endlich. 50 Minuten pro Stunde. Na, wir gehen auf Stufe 5. Mal schauen, ob er das da hält. Hm. Du mein, Haltepunkt gewesen ist. Ja, irgendwas muss da irgendwie gewesen sein, weil sonst würde es ja diesen Schwenker hier nicht machen. Ja, geil. 15 Meilen Einfahrt so bis außen. Oder ist das nach dem Bahnsteig? Ja, ab und jetzt. Ja, 3,56. Ja, okay, geht wieder bergauf. Dann gucke ich wieder langsamer. Ja, ein klein wenig mehr Schmackes. Eine Meile noch. Und meine Damen und Herren, nichts halt in diesen Endstation. Witten alle Reisende auszusteigen. So, dann lassen wir mal rollen. Ja, das ist direkt bei dem Signal mit den 15. Eigentlich genau da. Ja, da ist der Bahnsteig schon. Ja, da ist der Bahnsteig. Ja, da ist der Bahnsteig. Ja, da ist der Bahnsteig. Südli, da wären wir da. Jetzt muss ich über das rote Signal drüber. Das war's. Ich muss jetzt eingleisig weitergehen. Gibt mir noch ein bisschen was. Ach nee, hier ist tatsächlich Ende. Das ist gleich... Okay, da geht's hier wirklich nicht weiter. Sorry. Okay. Na gut, liebe Leute. Ich hoffe, dass hat euch gefallen. Ja, ja, das wissen wir schon. War eine etwas kürzere Fahrt, aber ganz angenehm. Sind wir hier mal mit der S-Bahn gefahren. Mal schauen, was das nächste Abenteuer sein wird. Bis dahin wünsche ich euch gute Fahrt. Bleibt gesund. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann, euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.